Marvin, wo ist dein Fanatic? Ach, verdammt. Wann du grad... Wann du grad aufpassen? Das ist ein Bot-mäßig hier. Mit Brand und Tristana, ja. Vor allem wenn der Brand die Stunt kriegt, ich glaub, dann war's das eh. Das ist die nicht Stunt. Das ist so Rangels. Ja, aber wenn er mal im Busch sitzt und so, weißt du... So ein bisschen Idiot mit sich erwischen lässt. Ort rein. Warum testet Kevin jetzt einen neuen Champ direkt mit Skin? Was hat denn die letzten Tage schon gemacht? Ja, war nur Spaß. Schon eine Kamel, die wieder ablust, ne? Hätten wir sie fertig, nicht das erste Spiel. Ja, ich sag, baue ich Kevin. Boah, war's doch ganz gut gebaut. Ah, da hab ich auf Dings als Erschuss genommen. Klingeler endlich. Buh 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 oh in wait wie war deine woche die ist noch nicht rum ja dann um eure goldwaage da zu benutzen wie war deine bisherige woche anstrengend angeworen das heißt was verstehst du denn was hört du mich nicht ja doch gerade war es übelig abgehakt ich darf jetzt dreimal hintereinander eine x-schicht schieben heißt von öffnen bis schließen von öffnen bis schließen von uhr 30 bis 20 Uhr selber schuld ja dann kann ich bestimmt danach frei nach 20 Uhr habe ich frei ja dann habe ich feierabend hast recht maurik danke ja bitte dann nimm halt den sorry mich kann man nicht in die irre führen wie denn mal mit was weiß ich bin ja nicht geskillt das heißt dass ich eigentlich wissen wie ich skille es sollten es sollten mädchen geben die sich zur freie und kraft hoch ach so so wo war jetzt das Problem Kevin? da gibt es, ich habe kein Problem jetzt mehr gesehen gut, ich auch nicht wie 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 oh das wird eng krass ich geh mal zurück es gibt mir zwei Items da bleib ich jetzt noch nicht auf der Lane stehen aber lass du dich hier wisch komm mit gleich ein grünes Schwert kaufen wobei ich glaube ich auch gleich noch ein Teil verkaufen da habe ich vier Stück ich kaufe mir auch vier Stück weil Brand hat auch vier Stück ich habe jetzt auch vier es gibt nur eine wunderbare Grandzone der Brand hat gerade geflasht ich habe 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 geflasht aber auch nicht ich habe geflasht das hat sich ihrem Schicksal gegeben nach dem Sinn das sibling Interessant, der unter dem Tower. Unter dem Tower. Jetzt muss ich... Oh Mann. Ah, ich stand ein bisschen scheiße. Nice! So will ich das sehen. Nicht anders. Brauchst du das? Oder was, Diana? Haben wir eine Diana? Sie sehen halt so ähnlich aus. Hä? Ich nehme meinen Trank. Besser ist? Was ist da? Missionsprotokolle aufgewertet. Denkst doch bloß du. Naja, ich wollte mich eigentlich grad backporten. Dann kann man halt auf einmal... Braut sich auch nicht mehr so richtig. Wenn du ihn halt ziehst, ist er quasi fast tot. Ich hab ihn 25 Sekunden wieder. Mal jetzt verflächeln können. Mal jetzt verflächeln können. Alter! Eine Kombo! Ich bin halt down von diesem... Ne. Wer ist da oben? Riffen. Ist doch klar. Ach schade, ich hätte grad meine Passive gehabt. Ah gut. Das ist halt so lächerlich. Nein! Ach, den hab ich auch nicht gekriegt. Was? Geh weg, 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 weg. Du bist im Ding. Ach genau. Ich flashe mich weg und... Alter, mein Fehler. Wenn Verhandlungen fehlschlagen, komme ich ins Spiel. Wenn Verhandlungen fehlschlagen, komme ich ins Spiel. Wir müssen den Brand vorher holen, bevor der uns folgt oder zumindest mich. Weht gar nicht. Du hast grad zu schnell tot. Kann ich nichts machen? Oh. Das ist einfach... Ganz halb wieder lächerlich, dass ich, obwohl ich geflasht hatte, schon noch gestorben bin. Aber... Oh. Willst du wieder einen von den Hinterren, guck mal hier. Ich will ich keinen von den Hinterren, weil die geben kaum Gold. Das wird nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Dann war es jetzt gewastet. Hast du jetzt Ulti? Nein! Weil hast du Ulti? Wie wenn ich Level 6 bin, so in einem halben Level Ich warte mal schnell, Alex Achtung, sie kommen wieder in die Richtung Das gibt das ja nicht Alles zu wissen Vergiss es Ich habe irgendetwas rausgebaut von nix und wieder nix Weg, 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 weg Weg, weg, weg Oh, ich habe keinen Flash Naja Jetzt werde ich uns rollen In der Botlane verloren Nix gut, nix gut Letzt ein paar Minuten, aber ich bin scheiß zusammen That's a greedy bitch, Alter Ja, aber richtig Oh, Tristana, drei Kills Hat auch alles, wie willkommen Die kriegen auch den Tower hin Tower Drake, uns wirklich bekommen Ja Ich komme wieder Richtig hart verkackt Kannst du dich vom Porten abhalten? Ich fürchte nicht Ich fürchte nicht Doch, ich fürchte schon Nicht die Wache definiert dich, sondern wieso sie einsetzen Wir können noch Drake machen Ich werde ihn weg Ich versuche den neuen Wäckers Ja, ich werde ihn weg Schnell das auf Der stirbt, dann schwieg Yes Oh oh, Krant ist bei mir Fuck, Tristan ist da Ich habe eine komplizierte Beziehung zur Technologie Band geht nur auf Damage Nice Oha Achtung der Riven Wir kriegen halt auch keinen Gank hier unten Hm Du wirst kooperiert Das war doch schlecht Kann man wahrscheinlich Teleport Der aktuelle Aufmerksamkeit Ist das Ich hoffe, jeder hat in dem Spiel Titel vor Ich weiß nicht, kann ich Berechen Nein Das gibt es nicht Ich kotze AP Sie haben nur einen Lack Da geht es genauso weiter Ja guck, was sollen wir da machen Rennen, Rennen, Rennen Ich bin weg Den haben wir mein Lebensraub gekauft Haben wir überhaupt nicht zum Fahren Das bringt nichts Die Läne war's Sie ist geschüchter Die Welt ist weder schwarz noch weiß Es gibt nur wunderbare Grandzonen Na echt nur Gangster Wir standen quasi immer im Tower Wir standen quasi immer im Tower Ja, aber das wird nicht sein Copica sollen Dass der Alle bekommt Das war scheiße Hat die so vorgebracht Mist Scheiße Riven Ich hab nicht mal mehr einen Assist bekommen What? Ich hab nicht mal mehr einen Assist bekommen Ich hab nicht mal mehr einen Assist bekommen Ich hab auch fast 100 AP der Typ Meine Stats sehen halt besser aus als das es läuft eigentlich Deutlich viel besser Ich hab nicht mehr Ich hab nicht mehr Ich hab nicht mehr Wir werden die Wir werden die Ich hab nicht mehr Ich hab nicht mehr Ich hab nicht mehr Hier Bedeutung Ich bin nicht mehr Ah wer ist weg Oh, eine Was? What the... Ich habe keine Worte mehr. Guck mal, da sind noch die paar Minions da holen. Hm? Ah, ich habe Hunden, sechs Hunden. Ich habe keine Worte mehr. Achtung, ich weiß halt jetzt nicht mehr was die Red macht. Wir gehen jetzt auf die Midlane um den Mid Tower zu holen. Ja, definitiv. Guck mal, wie schon jemand damit da... Ich warte nur, bis mein Unterprogramm anläuft. Wer wartet? Streck mich zu. Hei, überlebt die schon wieder mit Nix. Naja. Und... Und... Flash. Dragon kommt gleich. Ja, boah, top. Äh, Bot Lane ist halt auch... Ah, da komm ich halt nicht durch. Achtung, da kommt der Kayn von der Seite. Oh, boah. Oh, ja. Wow. Jetzt war wie ein Ulti. War es nicht so schlecht? Naja. Schlecht war es schon, aber... Das Ergebnis war nicht so schlecht. Die Gesellschaft braucht Regen. Boah, bist du dumm und rennst das... Hei, Alter. Jetzt hätte ich den Gebring vom Siegel gehen können. Gott sei Dank haben wir noch einen geholt. Bot Lane. Fake. Torek! Torek war ne gute Idee. Das ist Tevin. Und mal auf ihn! Nein! Gibt's ja nicht. Ja doch. Red Duff. Red Duff OP. Ich geh in den Schuhe hin. Seid da oben Jungler? Na, ich geh mal Packs. Ich auch. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab hier irgendwie alles getankt. Ich bin ein Drache und dazu haben wir kein... Kayn haben auch noch geguckt. Jo. Find ich jetzt nicht so schlecht. Und der Video ist auch nur irgendwo gestorben. Ich hab zwar keine Ahnung wo, aber die ist tot. Ich geh mal schnell Top, weil ich die Rücken grad auf Top... ...glaub gesehen hab irgendwo. Jungle mäßig. Da. No Mana. Neu Geld. Achso, ich hätt mir Schuhe kaufen sollen. Hä? Mhm. Oh, ich geh lieber mit. Kayn schaffst du sie allein. Ich werde... Ohne Schuhe geht ja gar nix. Ah, da warte ich. Da geht echt nicht viel. Ich hab halt gar keine Ahnung. Ich muss gleich noch kaufen. Ja, oh Mann. Jetzt krieg ich aber den Scheiß. Ohne Schuhe. Na ohne. Alter, die nimmt mich immer noch mit. Einer kommen wir so hart auseinander. Ja, ich komm mal holen. Da brauchen wir Riven. Achtung, die Riven kommt grad irgendwie in den Jungle. Ich weiß nicht wo die ist. Alex, ich bin bei Kevin oben. Ja. Ähm, ja. Einen kommen holen, ich bin weg. Ich bin jetzt keine Ulti mehr. Bis ich da oben bin. Alter, block die. Für Midlane allein gegen frei, ne? Ja, ich bin auf dem Weg. Frei. Das darf ich trotzdem nicht. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, ich muss außen rumlaufen. Gibt's hammer. Hammer. Oh, 3. Boah, du hast sich vertiert. Na, die wurde ich glaub überlobt. natürlich hab ich verlesen, die hab auch geflasht genau bei mir bei mir bot lane ich bin auf bot wuuu ach du ja ich bin da auch war nicht so geil geworden kevin, geh weg, geh weg, geh weg da kommt noch mal da kommt Tristana wort rein und weg und dann vielleicht runter Marvin, kevin weg äh, Alex, sorry ich brauch echt Schuhe, hey, das geht gar nicht ja, ich auch misshandelt schon meine Maus, damit es schneller geht aber oh mein Gott krass krass ahhh, shit Präzision ist der einzige Stall oh, weg, 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 weg hm das ist so schlecht ich brauch noch 500 Gold wie viel? und los ja dann hier, komm nimm das hier nice ja perfekt, das reicht oh, ich geh mit krieg ich Schuhe oh 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 wie? das war auch so so lächerlich aber du kriegst dann sofort ja vernebst du wieder? oh, das ist nicht schnell gesagt ach, ich wollte doch Schuhe kaufen hm hm äh UB, nicht hier ist sie, oh Gott kräuter, könnt ihr 10 Hilfe versragen wenn du mich aufhalten willst genau genau ich bin schuld ja ja was ist zurück ich hab kein Leben mehr nur Mitte lane, nice ah, vergesst das wir roame jetzt tierisch über die lane ich versuch mal Mitte zu halten ja break in 12 ward ja dann lass doch den Drake gleich machen, der taugel ist übel ja kann jemanden ward da oben in den jungle rein? ok oh, zucker 2 das ist auch gut top ok, Tim einen noch bitte top bottom na, ich komm mit dir auch bald 7G bestimmt auf top ok, da ist mir schon ja der hat sich kein na ich hätte noch 2 Worts er braucht 2 Worts aber sind trotzdem nicht so viel na, hier sind 2 unten 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 ist auch unten weg 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 und bei Dings kommt auch Sven? ne, kommt er nicht doch, doch, der kommt nein, kommt er nicht oh, ok, ne weg 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 Geh weg Kevin Ich hab nen OP Die sind ja gerade alle bei euch, müsst ihr aufpassen Er ist kurz Back und Echo ist in den Cool He Flash, ich hab ihn nur mit nem Lakerpiss Flash Angst schärft jede Klinge Wir haben halt so nen geilen Wave Clear Das ist kalt Man muss clever und schnell sein Man muss clever und schnell sein Top lane Mh 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 Oh, Mann. Also, am Anfang gerade nicht so klasse aus. Oh, Mann. Dead Damage. So leise sieht es nicht mehr so schlecht aus. Woah. What? Hint solche Skincare. Genau, einfach Paran machen, sonst ehrlich. So ein abartigen Schaden. So ein abartigen Schaden. Und dann? Ach, die habe ich gesehen. Ich weiß schon. Oh, an du gerade denkst. Doch einfach Baran machen. Aber gegen vier Lebende, fünf Lebende. Oh, ich habe ein nice Pink. Komplizierte Beziehung zur Technologie. 216 AD. What? Nein. Nein. Ist egal. Jeder darf mal. Und Vladimir stoppt. Das glaube ich so scheiße. Ja. Alle verrecken Bot-Lane. Aber Cameron macht Top-Lane. Ist auch okay. Ich? Jetzt rennst du auf die Top. Ah ne, du bist ja plötzlich. Du sitzt ja gar nicht so. Ja, ich bin bei Marvin nun. Ah, du bist einer von denen, der auf Bot verreckt. Gib doch. So wie ich. Ja, wenn der jetzt fällt, der Power und der Inhit, dann war es zu sehen. Ist doch mehr oder weniger. Na gut. Ja, ok. Das ist einfach mein Beruf. Kann ich jetzt Trace und Barron machen, oder? Ja, Barron. Na komm, dann komm her. Wir sollten den zu zweit packen. Oh. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wort. Warte. Warte. Nein. Ich habe meine Mission verinnerlicht. Oh, oder wir holen uns die zwei hin. Wo du mitlein? Ja, oder so. Wir rennen aber wohl schon? Schau, schau. Alle. Ich denke, da traf ich auch was. Das ist einer der schlechteren, aber naja. Wir laufen halt jetzt schneller im Wasser. Haben eine höhere Mahnregerin herauszogen. Mahnregerin. Wollt. Nice Promo, Tis Nelly